Hallo miteinander, guten Morgen. Es ist morgens um sechs, viel zu früh für mich. Ich brauche noch Kaffee, das ist das Thema des Tages. Heute trinken wir einen Kaffee-Werbespot. Ich weiß noch nicht, welche Marke, aber alle Vorbereitungen sind getroffen und wir haben super Kostüme. Alle Fahrkarten bitte. Heute trinken wir einen Werbespot für einen Kaffee. Ich bin verkleidet als Schaffner. Das Ganze ist ein Kostümspot. Das ist mein Kostüm in der Rolle im neuen Kaffee-Werbespot. Es macht wirklich Spaß, sich so zu verkleiden und schaut den schönen Mut, die Uniform, perfekt. Ich bin ein Kaffee-Werbespot. Ich bin ein Kaffee-Werbespot.